so ihr lieben zurück bei auf man weiß es nicht so jetzt haben wir alles erledigt jetzt könnten wir eigentlich mal los und wir haben uns zu binguin was sind ein bingo nice wir sind ein bingo ich kenne schon mit der feier was war jetzt die quest ja mit den gift das soll ja hier unten schitter stink das ist ein stinkblumen was macht denn die das macht so eine stinkblume so sind wir jetzt eigentlich richtig das ist kein gültiges ziel so so jetzt hin finden mhm lade zu erlos zu erlos oh ja was ist gleich hier? da oben ist da hoch so wo bist du Ne, wie ist der wirklich? Keine Ahnung. Ist der da oben? Ah, da oben ist der. Kommen wir hier hoch? Hier hinten? Hier gibt es noch ein Dinosaurier. Da ist er. So. Willkommen, Deva. Heiß. So ist die auch schon fertig. Cool. Und zwar... Gucken wir mal nach der hier. Was haben wir hier? Ist ja auch hier gleich. Ist ja hier unten. Hm, hm? Was soll ich noch machen? Geht zu Boras, südweit in der Lege. Also hier. Ach hier. Ach, den holt sich schon jemand, ne? Ja, schade. Gibt es noch mehr davon? Euer Ziel ist nicht zu finden. Ihr habt ein ungültiges Ziel ausgewählt. Müssen wir auch erstmal warten, bis der Wetter kommt. Kommt der gleich wieder, oder? Müssen wir jetzt hier drei Stunden vorne warten. Das tut ein Airpods. Ihr habt kein Ziel ausgewählt. Krasser Binguin, oder? So. Hm. Euer Ziel ist nicht zu finden. Das ist das falsche Ziel. Ach. Ist er jetzt wirklich? Echt jetzt? Äh, gib doch mal das komische Vieh. Das ist doch kacke. Entschuldigung, wenn ich das jetzt sage. Das ist doch kacke. Das ist doch kacke. Du zeigst doch noch mal. Ne, da zeig ich bloß hier an. Hm. Das ist ja jetzt. Doof. Oh. 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 Das finde ich jetzt. Oh. Oh. Hier gibt's aber auch eben weiter. Warte. Nö. Schlecht. Äh. Da müssen wir doch. Glaub ich was anderes machen. Äh. Äh. Das wollten wir machen. Gucken wir mal hier. Wenn er jetzt nicht kommt. Tja. Ah klar. Müssen wir doch da wieder hin. Ach. Gott. Und jetzt drück ich ja weg. Steht er da. Wieso Teleport abgebrochen? Ich darf wohl die Gorte nicht zumachen. Was ist das? Das sind ja zu viele Viecher. Ach. Das ist doch. Sorry Leute. Sorry. Sorry. Oh. Was willst du machen? Oh. und zwar was wir so machen entzog besieger die ab ist beseitiger besieger so besiegen erlesen kann das kohlen vorteil solchen hier fragt wendern möchte jetzt was für fragmente vor allem vor allem die sind hier drin das ist drin da ist doch gar die schatten euch nie einholen darie luma mögen die schatten euch nie einholen was soll ich da jetzt hier vor fragmente machen das zeichnet man hier an das seht ihr alle hier ist der bereich ist das nun traurig wo kann ich mir eigentlich da oben hoch da habe doch schon mal delphine ja jetzt haben wir delphine wo ich noch mal war hab doch schon mal bingo in fliegen sehen ich habe doch gerade jetzt so fragmente sehen das ist das falsche ziel warum wieso hat gezählt das ist das falsche ziel ja unser flug ja 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 wir müssen gleich gelandet jetzt muss es aber erstmal wieder laden ja wo kriegt man die auch so ja hier in doppelblock fliegen so kann man das solch wie offen hat das mit marmala zu tun muss wie ist das jemand wir haben es in der woche ja nee woche enthalten in der woche sag ich wollte ich meine eigentliche sache am wochenende wir brauchen noch ein bisschen ich sehe nicht ich sehe nicht kann man hier hochlaufen nein nicht abstürzen nein kann man nicht ja wir brauchen noch so ein Fragment und aber so was wir gleich sehen da oben reicht jetzt ach komm los komm 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 yes so und jetzt wieder runter da ist der Ausgang da komm gleich runter uiiii Sturzflug Bingo in Sturzflug yes so da können wir unsere Fragment abgeben also manchmal finde ich die da ist die Lurme verwirrend aber manchmal auch oder was alles zu uns ist doch eh schlechter wie unseres ähm wir nehmen auch platten Stiefel so so wollen wir uns da jetzt nochmal schnell hin botten hier und auf die jetzt vielleicht da sind mal kurz hingucken vielleicht ist das für jetzt da aber nehme ich das nämlich auch fertig das war jetzt wieder ein Stückchen wieder auf wo sind wir jetzt wo sind wir jetzt wo sind wir jetzt warum ist der Haken immer noch äh ich habe zwar nicht mehr darf so viel davon aber ich müsste da mal rum gucken wo wir hier die Schriftrollen kaufen können das würde mich mal echt gerne interessieren so 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 dass so oder jemand gewesen da ist immer noch nicht da woanders sicher gehen na gut dann würde ich sagen machen wir hier erst mal ein kleingart machen wir ja nicht das sind so viele flieger gut trotzdem machen wir hier ein kleingart und ich hoffe die folge hat euch gefallen ein bisschen haben wir was geschafft wir sind sogar mit der binguin geflogen ja wochen nicht fliegende binguin und ich hoffe es hat wie gesagt hat euch spaß gemacht und wir sehen uns in der nächsten folge somit sage ich tschüss mega daumen für euch